Matthias Grote hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Nach Angaben seines Vereins Phoenix Hagen ist er heute Morgen verstorben. Ein Verlust, der fassungslos macht. Unser Beileid gilt allen Angehörigen und Freunden. Matthias Grote wurde 39 Jahre alt. Er war Cheftrainer der neuen Zweitligamannschaft von Phoenix Hagen, hat aber durch seine Krebserkrankung kaum in dieser Position gearbeitet. Grote hat schon einmal den Aufstieg in die erste Liga mit den Feuervögeln geschafft. Danach war er unter anderem Trainer in Iserlohn, und für den Nachwuchs bei Phoenix verantwortlich. Mit seinem Tod verliert Hagen eine große Basketball-Persönlichkeit.